So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Hannes ist noch da, hallo Hannes. Moin. Ist der letzte Tag aber, wo Hannes da ist und ich nehme das jetzt hier auf als Lückenfüller-Video wieder mal, dass, wenn ich mal nicht da bin, dass ich das hochladen kann, ihr was habt. Ich habe verschiedene Themen in dem Video, möchte mit einem direkt anfangen. Und zwar ist das noch die Zeit vor dem Sea Day, vor dem, äh, quapselt Sea Day gewesen, nee, vor dem Frogsy, Frogsy, vor dem Frogsy Sea Day. Henry, Nicky hat mir gerade das Sea Day-Ticket geschenkt, dafür möchte ich mich erstmal kurz bedanken. Wer nicht weiß, wo man das sieht, wenn man merkt, man kann sich kein Ticket kaufen, weil man schon eins hat, aber nicht weiß, wo man sieht, wer ihm das gegeben hat, müsst ihr einfach nur hier auf euren Pokeball bei Neuigkeiten drücken und dann seht ihr da die letzten Aktionen. Wenn ihr Glück habt, ist das noch zu sehen. Henry, Nicky hat ja ein Event-Ticket geschenkt, kann ich auch nochmal draufdrücken, sehe das hier groß, liebe Grüße, Henry, Nicky. Dankeschön dafür. Dann als zweites war gestern der letzte Tag, der letzte Showcase von diesem Glitzerner-Garten-Event, da möchte ich auch hier draufdrücken und mal abholen. Ich habe drei Samurzel, das war das letzte Pokémon, alle auf Platz 1, Belohnung abholen, schauen, was da jetzt drin ist. 3.000 Staub, ein Sternenstück, zwei Sofort-TM, drei Lok-Module, drei Hyperbälle, drei Superbälle, einmal Rauch, 9.000 EP. Wo ist das Glücksei, hä? Lass den Rauch weg, gib mir ein Glücksei. Aber finde ich gut, wieder auf der Medaille drei Counter mehr, weil ihr braucht ja insgesamt 100 Showcases gewinnen, damit ihr dort auch die Platin-Medaille habt. Ich finde das immer noch cool mit dem Showcase, das macht mir immer noch Spaß. Jetzt Titel-Pokémon. Also was steht da drin? Es geht, ihr seht es am Hintergrund, da ist ein Ramoth. Und ich möchte jetzt hier einfach mal Ignivor eingeben und möchte euch die Ignivor zeigen, die ich jetzt hier gerade noch auf der Hand habe, die noch nicht weggetauscht sind. Wo ich ein paar so habe, ein paar so, ihr seht, da sind etliche Lucky dabei, eins heißt auch Opfer. Die Geschichte dazu kann ich euch nicht erklären. Jetzt gucke ich aber erst mal hier rein, was wir hier für Ignivor haben, bewerten die mal männlich-weiblich. Ich möchte mir jetzt den Pokédex-Eintrag holen und nicht nur den Pokédex-Eintrag von Ramoth, ich möchte auch eins auf Level 50 ziehen, weil ich dieses Pokémon absolut feiere und das so genial für mich aussieht. Guckt euch doch mal an, diese kleine Mistmade, wenn ihr die rumdreht, ich kann sie nicht drehen. Ah, weil ich im Bewertungsbildschirm bin, jetzt kann ich sie drehen. Guckt euch das an, hinten der Arsch, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt. Und dann wackelt der so rum und das, irgendwie ist es eklig, irgendwie ist es auch gleichzeitig cool. Wir bewerten mal kurz, die wir auf der Hand haben. Null Sterne, das ist bestimmt mal getauscht gewesen, weil ich ein weibliches gesucht habe und kein weibliches hatte, also musste ich mir ein weibliches tauschen lassen. Hat richtig schlechte Werte. Das müsste so gebrütet gewesen sein, zwei Sterne hier dabei, dann haben wir noch eins hier, da geht es schon in die Drei-Sterne-Richtung. Ein Lucky auch mit drei Sternen, noch ein normales, ohne Lucky dran, noch ein normales, noch ein normales. Dann eins, das heißt ein, warum auch immer das ein heißt, es ist auf jeden Fall glücklich, wie man sieht. Dann ein 96er, aber leider nur mit 13 Angriff, 13, 15, 15 und dann das Prunkstück. Das ist schon auf 1484, das ist schon Level 40. Aber wer das nicht weiß, ich sage es nochmal dazu, am besten wenn ihr einen Buddy habt und ihr lauft mit dem, kann der ja Bonbons erlaufen und hat eine Chance XL Bonbons auch zu finden. Je höher der Level von eurem Buddy, von eurem Pokémon ist, mit dem ihr lauft, desto höher ist auch die Chance XL zu finden. Ihr habt das ja, wenn ihr wilde Pokémon fangt, auch so, fangt ihr ein Pokémon mit WP10, wird das wahrscheinlich kein XL Bonbon abwerfen. Fangt ihr eins mit 2000 WP in der Wildnis, gibt das fast garantiert beim Fangen sowieso ein XL Bonbon, weil das eben, das ist ja groß und wuchtig, es hat ein hohes Level. Also beim Buddy, wenn ihr vorhabt, mit einem Pokémon zu laufen, pusht ein bisschen was, wenn das sowieso ein 100er ist, was ihr hochziehen wollt, dann zieht es erstmal schon auf 40 hoch, lauft dann damit für die XL. Und so habe ich das mit dem gemacht, den möchte ich nämlich hochziehen, den möchte ich komplett maxen. Der heißt Alex, weil der Alex mir damals auch Tickets gegeben hat, 15, 13, 15, 96er, habe ich dann auch gleich den Hintergrund. Und habe nämlich hier bei Ignivore jetzt 21 gesehen, 12 gefangen, 4 Glücks und ihr seht hier noch kein Ramoff. Ich werde das jetzt komplett power-upen auf Level 50, 1678 und jetzt werde ich mir den Pokédex-Eintrag holen. Der benötigt 400 Bonbons, wir entwickeln ihn und er kommt auf über 4000 WP. Das ist so brutal. Ich weiß, es gibt Leute, die haben immer noch kein einzigstes Ignivore. Dann gibt es Leute, die haben welche, die sind aber mega schlecht. Dann gibt es welche, die haben sogar 200-prozentige Ignivore-Grüße an Tobi, haben aber kein XL, um das hochzuziehen oder zu entwickeln oder zu entwickeln und hochzuziehen. Und der ist jetzt hier einfach auf Level 50, 4086 WP, ist fett, ist groß, ist stark, der flattert. Guckt euch den an, ich finde dieses Pokémon einfach richtig genial. Ist ein Käferfeuer, das heißt, er verbrennt sich selber. Drücken hier nochmal drauf. Guckt ihr mal die kleinen Ärmchen an. Oh, Hilfe, ich kann dich nicht angreifen. Meine Arme sind so klein. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Guckt ihr den von hinten an, guckt ihr den von vorne an. Guckt aus allen Richtungen. Und wenn wir hier drauf gehen, haben wir jetzt Ramov mit Lucky-Hintergrund. Männlich. Aber wir brauchen ja noch ein weibliches. Deswegen gehe ich jetzt nochmal hier rein und möchte noch ein weibliches entwickeln. Das wäre ein weibliches. Und das ist auch am höchsten oder am besten von den IV eines weiblichen. Und wir müssen sowieso das entwickeln erstmal, ohne ein weiteres mit Lucky-Hintergrund zu haben. Und das ist ja auch wichtig. Der Lucky-Hintergrund, der verfälscht ja viel und so. Bei dem, es ist ein Pokémon, was nützlich ist vielleicht. Ist es nützlich? Ich weiß es nicht. Es ist ein Pokémon, was man mit gutem IV doch mal hochziehen will. Deswegen stört mich nicht, dass das Lucky ist. Dafür hat es ja IV. Bei Shinies mag ich das nicht. Aber jetzt haben wir auch noch ein Ramov. Schön mit diesem grünen Käfer-Hintergrund. Das ist cool. Das möchte ich jetzt so beibehalten. Und wenn ihr jetzt hier drauf drückt, seht ihr Ramov komplett. Männlich, weiblich, Lucky. Shiny gibt es noch nicht. Hunderter auch nicht. Wenn ich einen Hunderter hätte, würde ich auf jeden Fall einen Hunderter hochziehen. Würde ich nochmal damit laufen. Hier, Alex am Start. Gibt es Ram ein und hier ist es Ramov und hier auch. Also das sieht gut aus, oder? Wir machen nochmal die Bewertung rein, dass ihr das seht. Habt ihr auch schon ein Ramov entwickelt? Was ist euer bestes Ignivor? Was ihr habt? Wie findet ihr das Pokémon? Schreibt es mal rein. Hannes, du hast schon Ignivor? Nein. Nicht? Gar nicht? Oh, armer Hannes. Können ihr eins von mir geben, aber die brauche ich ja noch. Mach nicht, aber auf was kommt denn der, wenn der auf 100% ist? Auf 4100, glaube ich, irgendwas. Und dann, ne? Da hat der jetzt schon 4086. Dann kriegt der da ein bisschen was dazu. Dann legst du ihn noch an als Best Buddy direkt, wenn du mit dem läufst. Kriegt er nochmal einen Boost. Beziehungsweise kann man das ja sogar jetzt gerade ausprobieren. Wenn wir das Ramov anlegen, Kumpel wechseln. Ja, wir möchten wechseln auf Ramov. Dann müsste der, weil er aktiv dann Best Buddy ist, jetzt noch einen kleinen WP-Boost haben. Nochmal ein Level höher sein. Und, jetzt muss ich eine suchen. Samutzel, geh weg. Dich brauchen wir nicht mehr. Du warst nur für den Showcase. Sonst jetzt keine Samutzel mehr. Er ist jetzt bei 4135. Aber ist kein 100er. Kommt also höher. Immer noch. 4135 WP bei diesem Ramov. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Euer Hannes. Und ciao. Tschüss.